Da ist er, unser EGLUGO Hühnerstall von Omelette. Er kam mit drei Paketen an und sollte nachher so aussehen. Mit zwei Meter Auslauf trinken und dann haben wir einfach mal gestartet. Mein Mann hat es aufgebaut ohne Vorwissen, muss man dazu sagen, ohne ein Vorvideo gesehen zu haben. Die Videoanleitung kam erst einen Tag später, nachdem wir es aufgebaut hatten. Da kam dann von Omelette die Videoanleitung. Und somit hat er ohne Vorwissen alles zusammengebaut. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal die Schrauben. Sie waren alle in einer Tüte. Man muss sich die erstmal vorsortieren, damit man genau weiß, welche wo reinkommt. Die Anleitung war auf Deutsch erklärt, das ist gut. Drauf steht mit Schraubenzieher, aber wir haben doch den Akkuschrauber genommen. Da ist der Angruß da oben reingeschoben, oder? Ja. Das Akkuschrauber war nicht. Hier sind wir bei den Seitenwänden angelangt. Die sind ja doppelwandig, die EGLUs. Und da kommt dann nachher noch eine grüne Außenwand dran. Ist relativ einfach anzuschrauben. Dann kommt noch so eine Halterung, so eine Rahmenhalterung quasi. Da kommt nachher das Sitzbrett drauf. Wir haben ja quasi drei Kartons bekommen, weil halt die Räder noch mit dazu waren. Und was in der Anleitung drinne hätte stehen sollen, dass man erst den Zaun zusammenbaut. Und dann das EGLU mit den Rädern zusammen am besten. Sofort mit den Rädern zusammen. Weil wir haben die Seitenwände nachher nochmal zweimal aufgemacht, weil man den Zaun da reinklicken muss. Und dann muss man die Außenwand abmachen und noch eine Leiste. Und nachher für die Räder mussten wir auch nochmal wieder was abmachen. Also das wäre gut, wenn man erst den Zaun zusammenbaut. Und dann die Räder gleich hätte man hier jetzt gleich mit unten dran hängen können. Gleich dran bauen. Nur das war ein bisschen, war nicht so eine Abbildung ersichtlich, dass man das so hätte machen müssen. Der Stall soll vorrangig für Küken sein oder aber auch für eine Glucke. Und dafür brauchen wir natürlich diese Rillen, diesen Aufsatz, hier dieser Aufsatz, den brauchen wir nicht. Weil das können die Küken noch gar nicht treten. Da muss man dann immer schauen, wenn man noch so kleine oder so junge Hühner hat, dann muss man diesen grauen Aufsatz rausnehmen. In der Anleitung steht eine Bauzeit von zwei Stunden drinne. Die hätten wir auch gut geschafft. Hätten wir das nicht noch zweimal abschrauben müssen an den Seiten alles. Durch den Zaun, den wir da reinklicken mussten und einschrauben mussten. Und durch die Räder unten. Ich denke, würden wir jetzt nochmal so einen Stall zusammenbauen, dann würden wir anderthalb Stunden brauchen. Das Dachteil wird dann ganz einfach mit ein paar Schrauben versehen. Zack, zack, zack. Das ist schnell gemacht. Damit hat es Grundstabilität und kann nicht mehr auseinanderfallen. Dann kommen noch solche Platten ran als Stabilisation. Und das ist auch ganz fix und ganz einfach gemacht. Ja, hätten wir es gewusst, hätten wir diese Leiste auf jeden Fall noch abgelassen. Aber man lernt ja aus Erfahrung. Und das ist auch ganz cool. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Die grüne Seitenwand hätten wir auch noch ablassen können, weil der Sound halt noch da dran kommt. Also zumindest noch nicht anschrauben und dann zugedreht. Genau, das ist für die Reinigung halt. Einfach, machbar. Fertig. 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 Wenn ein Mann spielt. Das sind nur Klipper. Oh Gott, der Hahn neben dir. Den Auslauf, den haben wir uns dann erstmal so hingelegt, so wie man ihn aufstellen würde. Ich finde, das ist eine ganz gute Methode. Die ersten neugierigen Blicke da rein. Und, geht das einfach? Ja. Da wird das gekehrt. Was ist denn schon los? Das ist ja nachher auch schräg. Das musst du. Das ist nachher ein bisschen schräg. So. Die Gitterstäbe-Maße sind etwa zwei Zentimeter. In der Breite und in der Länge gute sieben Zentimeter. Das hatte ich nämlich nicht gleich gefunden. Nicht sofort. Darum stelle ich das hier mal gleich rein. Was ist das? Wie kommt der G jetzt noch hier, sollst du noch einer? 1, 2, 3 Und diese Stange macht den Käfig erstmal so ein bisschen stabil nachher. Ansonsten wäre es doch zu wackelig. Die ganzen Clips finde ich sehr einfach. Wir hatten mal bei einem anderen Gehege lauter Metall Clips. Und das war viel schrecklicher. Hier dann die Erkenntnis, dass wir das nochmal ein bisschen abbauen mussten außen. Damit wir den Zaun dort befestigen konnten. Und dann haben wir die Räder herangemacht. Damit müssen wir das dann auch nochmal etwas abbauen. Ja. 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 Räder her, koher koher koherجst. freezer, hoffen wir auch das. Cool! Hebert đi Chapel! T tsunami vor ihm auch immer auf erst 20 Tage. Soll es otros hier haben wir gemalt. Ja, das ist gut so. Ich werde das hier aufhören. Das war's für heute. So, wenn du es runter machen willst, musst du an der Seite vorbei, glaube ich. So kannst du die rollen jetzt, wenn ich jetzt richtig bin, können wir das mal gucken. Und zum dritten Mal die Leiste ran. Und dann haben wir noch was vergessen. Diese kleinen Dinger, die kommen zwischen dem Gitter und der Wand von dem Iglo. Und wir wollten dann nicht nochmal die Leiste abnehmen. Und dann hat mein Mann versucht, darüber zu bohren. Und wenn da eine Einkerbung gewesen wäre in dieser Leiste mit der Schraube, das wäre super. So ein bisschen ausgehöhlt so. Das wäre perfekt gewesen. Dann kommen noch so eine rechtwinkligen, stabilen Elemente dran, damit man den, wenn man ihn fährt, damit der ganze Käfig mit hoch geht. Und nicht das, was da auf dem Boden der Gitterschutz so liegt, dass der unten bleibt. Und fertig. Das wird doch schön für die Kükis. Das wird gesagt. Also, jetzt machen wir die Kükis.